Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinen Freunden hier zu Pokémon Alpha Saffi aus der Pokémon Liga, aus der eisigen Höhle von Frosina. Aha, die Geschichte ist, weil er ist ganz schön heiß, wie es. Warum? Durch Megalogog. Naja, wir haben noch einen von den Top 4 vor uns und zwar Dragan ist noch an der Reihe, von dem ich Mörderschiss hab. Oh man, und dann kommt noch Troy. Oh, die hatten Bocken. Naja, schauen wir mal. Dragan wartet auf uns. Ich weiß nicht, wen ich als erstes einsetzen soll. Wir haben nicht viel, was sehr effektiv ist. Einziges Tauberschein von Korax, was auf jeden Fall viel Schaden verursacht. Und daher, Hohenteilstrahl von Karipas. Oh ja, aber ich denke mal, ich werde mit Karipas anfangen. Einfach zum Locken. So, da bist du endlich. Mein Pokémon, ich werde dir jetzt zeigen, auf was für ein Holz wir geschnitzt sind. Geh am besten erstmal noch in dich und gib mir anschließend einen Kostproof und ein Können. Ja, Dragan, mein Freund. Der letzte, der Top 4. Yo, Altaria fängst du an. Und die Level steigen. Oh ja. Level 73. Das ist nicht toll. Eisstrahl. Warte, shit. Okay, seine Verteidigung steigt jetzt. Das ist auch nicht so toll. Egal, Eisstrahl. Wuhu. Feiß ihn, komm. Verdammt. Egal. Der nächste Eisstrahl macht den K.O. Ah, Top Casino. Okay, ich habe nichts gesagt. Eisstrahl. Zack. Volltreffer. Ja. Oh. Das ist Altaria in Eis erstarrt. Ich mache jetzt einfach mal Steinkante, da er ja nicht viel machen kann. Gucken. Zack. Tschüss, Altaria. Tschüss. Okay, Altaria war keine. Oh, Max, Max. Okay. Max, Max kann Erdbeben. Oh. 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 Sollte der Max, Max ganz schnell umbringen. Korax, kriegst du das hin? Es ist, Max, Max ist ein Drache. Okay. Komm zurück, Arepas. Max, Max kann schon viel mit Erdbeben bei mir kaputt machen. Max, Max. Mega, ich lieber. Ja, ich mega. Und Zauberschein. Mega Korax. Zack. Er müsste Schwebe haben, das war super geil. Fährte. Überbrückung, das interessiert mich. Zauberschein. Es reicht. Gott sei Dank. Tschüss, Max, Max. Ja, Korax wird auf jeden Fall noch hier dringend gebraucht dann. So. Alle kriegen ein Level jetzt. Geil. Libeldra. Libeldra ist auch ein schnelles Sieg, was mir Schaden zufüllen kann. Aber erstmal Karipas, komm. Korax muss ich als Ass im Ärmel behalten. Libeldra. Na, mein Freund. Eistrahl. Drachenpuls. Okay. Ich darf nicht zu viel Schaden zufügen. Ja. Gott sei Dank. Eistrahl. Frier ein oder stirb. Tschüss, Libeldra. Nummer 3. Zweck. So, Brutalanda fehlt noch. Tandrak fehlt noch. Tandrak, 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 Tandrak. Ja, ich bleib da einfach mal drin. Brutalanda und... Dings fehlt noch. Wer ist da? Oh, es fällt da mir nicht ein. Eis. Oh, der Katönerblitz. Nein. Paralysiert. Na, super. Aber ich kann mich heilen. Das werde ich natürlich machen. Top Genesung. Zack. Donnerblitz. Gut. Dann werde ich Steinkant einsetzen. Wird ein bisschen mehr Schaden zufügen. Bangs. Reicht. Tschüss, Tandrak. Huh. So, die letzten zwei. Seedra King. Stimmt. Uh, Seedra King. Ich bleib jetzt einmal mal drin. Vor allem, wenn der jetzt mit Drachenputzen und so anfängt, hab ich ein Problem. Genau, okay. Huh. Steinkant, der trifft. Ja. Bangs. Das macht auf jeden Fall viel Schaden. Und nochmal. Surfer. Okay. Tschüss, Caripers. Nein, ich überlebe und ich mache ihn noch kaputt. Ja. Ja. Wow. Caripers, unser Held. Nico erreicht ein Level. Und ich schlafe jetzt. Okay. Jetzt nur noch Brutalander. Boah. Oh ja. Korax. Muss. Komm zurück. Los, Korax. Hallo, Brutalander. Fertig. Bedroher. Bedroher wirkt. Ja. Dudududududu. Bedroher wirkt. Dudududududu. Zauberschein. Und mega Brutalander. Ja. Na? Was geht? Ich bin aber schneller wie du. Check ich dir. Es reicht nicht. Oh. Das kann weh tun. Auf. Ich überlebe es. Ja. Jetzt setzt er eh. Top Genesung ein. Oh. Dad. Und nochmal Zauberschein. Check ich dir. Und nun? Bin ich doch schneller wie du? Wartest du nicht so? Tschüss, Brutalander. bist brutal am ende erfahrungspunkte level ab und trage an wurde besiegt ausgezeichnet ja ausgezeichnet das war eine echt bittere kostprobe für mich da bleibt mir nicht mehr zu sagen los über trainer begibt dich hoch herum hauptest du nächste herausforderung nur noch treu und treu macht uns platt zwar ja schon im letzten kampf schon extrem schwer und jetzt noch mal und diesmal noch stärker aber da würde ich was sagen das war's mit pokémon alpha 4 von der pokémon liga von den rematches dann würde ich mal sagen bis zum nächsten mal seid dabei um ja